Ja, liebe Narren und Narren, herzlich willkommen in meinem kleinen Büro an der Theke. Vielen Dank, lieber Walter. Nein, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber wenn man das mit dem Deezer, das ist ja auch wieder so eine Schweinerei. Weißt du, da werden wir Autofahrer von der Autoindustrie nach Strich und Faden beschissen und die müssten nichts bezahlen. Dafür sagen sie, aber wenn ihr jetzt bei uns eine Neuwaren kauft, dann tun wir euch als Entschädigung ein bisschen was dabei. Aber ihr habt doch einen Kabelband im Hirnschrittmacher. So, jetzt stell dir doch mal vor, der Anstreicher deines Vertrauens bricht bei dir zu Hause ein, reißt alle Tapeten runter, pinkelt dir auf den Teppich und schmiert dir die ganzen Wände mit Graffiti vor. So, am nächsten Tag ruft der bei dir an und sagt, hör mal, mir fällt grad auf, ich hatte gestern die Bude komplett auseinandergenommen, aber mach dir keinen Kopf, ich mach das alles wieder neu und du kriegst sogar noch 10% Rabatt. Ihr habt doch einen Ratsch am Kappelsamt hier. In diesem Sinne, sehr zu froh. Untertitelung des ZDF, 2020